Wer steht denn dort? Hallo? Ich glaube nie, dass die uns hilfreich sein kann. Hm. Okay. Okay. Und vorbei, wenn sich das Vieh immer wieder regeneriert, dann könnte ich ja vielleicht beim nächsten Mal einfach einen Kopf mitnehmen oder sowas. Okay. Okay. Bald leider Goldinventars folgen. Ja. 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 dieses thema die gesamte luft wurde ins all geblasen du solltest das auf der sicherheitsstation wieder online bringen können aber beeil dich du hast nicht viel zeit diese widerlichen mist fischer schon wieder soll der tatarabe kann ich die fischer nie irgendwie bekämpfen ohne dass 97 97 wird der chemischen verbindung hinzugefügt bitte zum abschluss mission das war's als jetzt musst du nur noch das reicht jetzt fügen sie sich in ihre rolle in gottes plan empfangen sie ihren untergang er hat den druck auf den gesamten weg runtergefahren und ich komme nicht mehr an dieses thema ran die gesamte luft wurde ins all geblasen du solltest das auf der sicherheitsstation wieder online bringen können aber beeil dich du hast nicht viel zeit Oh War ja nie irgendwo ein Sauerstoff-Ding? Oh, das war knapp Aber gut, ich habe gerade gesehen Das ist natürlich War ja nie irgendwo noch irgendwo was Hat da noch was geleuchtet, oder? Ja, da 1500 Credits Oh Energiesperre Hallo? Wenn ein Tars fallen müsste Das war's Dafür war die jetzt aber wirklich nicht gut Muss ich eigentlich lang? Da lang? Da lang? Oh 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 Ich hab mich verlaufen! Fällt mir grad so auf. Verdammte Kacke. Boah! Mist! Ich hab so ein Signal verloren. Ich scanne weiter alles nach seinem Standort. Wir brauchen diese Mischung. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt hier, äh, weiter zu rennen, äh, einkaufen zu gehen, aber, 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 ähm. Halbleiter Gold. Ja, den verkaufen wir in Safe und jetzt holen wir uns mal die Medipacks hier noch aus. Ach, scheiß drauf. Ich hol mir die Energiekanone jetzt mal und schau mal, was passiert. Vielleicht hilft die uns ja bei irgendwas. Wie funktioniert die denn? Genesebus, kurze Entfernung. Mehr? Nee? Ja, spitze. Mehr steht dazu also nicht. Oh, Mann, 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 Mann. Das war jetzt grad ein wenig nervenaufreibend. Aber wir holen uns noch, fällt mir grad so ein, die restliche Munition für die Strahlenkanone noch mit raus aus dem Safe. Dann haben wir ja ein bisschen was, Laserkanone, Plasma-Energie, oh, nee, haben wir gar nicht mehr. Hm. So, gut. Mann. Ah, Plasma-Katter haben wir auch gut aufgebraucht. So ein Mist. Mann, 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 Mann. Okay. Okay. Ich hab noch mehr Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Von da an lief die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sie Leviathan. Leviathan. Das sind schon wieder diese kleinen Missgeburken. Ach, guck an. Cool. Ah, okay, die Empfeihung war jetzt nicht kurz genug. Die machen also nix. niedlich. Ich bin. Sehr klar. Das war.